Ich bin bei Mehr Demokratie, weil es wichtig ist, viele Menschen, insbesondere junge Menschen, zu begeistern für ihre Beteiligung an unserer Gesellschaft, die wir alle gemeinsam gestalten können. Und Mehr Demokratie ist der Platz, wo wir Einfluss nehmen können auf alle politischen Ebenen. Auf der kommunalen Ebene, auf der Landesebene, auf der Bundesebene und vielleicht, wenn uns gelingt, auch auf internationaler Ebene. Und wir spüren, wenn wir hier mitarbeiten, dass wir viele Möglichkeiten haben und auch Ergebnisse erzielen können. Und das ist wichtig für alle Menschen, die eigentlich meinen, Politik ist nichts mehr für sie, aber hier gibt es wirklich Möglichkeiten und deswegen wünsche ich mir, dass möglichst viele zu uns kommen und mitarbeiten und uns unterstützen als eine gemeinsame Aufgabe.